Oh man, das ist so simpel und so mies. Nein, es ist ein Spiegel. Pass ich hier durch? Ja. Wow, da war die Spiegel. Nein, was ist das jetzt? Oh nein, das ist so weit weg. Ah, fuck. Das war so vorhersehbar, aber okay. Hat seine Wirkung nicht verfehlt. Woher am I? How did I get here? Zum Glück habe ich schon das Messer in der Hand. So, nur das. Naja. Aber eine Taschenlampe haben wir nicht. Oh. Ich habe ein Handy und ein Messer dabei. Okay. Das ist ja genial, man kann das Messer so umgreifen. Okay, ich muss jetzt nicht jede Ecke hier erkunden. War da was? Wow, ein Zahnschloss, okay. Na, ich glaube so wird das nix. Jetzt müsste es aber daneben nicht. Jetzt müsste es aber daneben nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es gleich mit Action losgeht, wenn ich schon mal ein Messer in der Hand habe und nicht, dass ich erst irgendwelche langweiligen Zahnschlüsse öffnen muss. Okay. Ach schade. Mir klingt es gerade gar nicht freundlich. Okay, ich möchte gerne mein Handy. Was für ein Inventor? Ach ja, hier. Ich muss gerade mal das Inventar suchen. Welche Taste war es denn? B waren meine Ziele. Shift war Renn. Okay, ich muss noch mal in die Option schauen, was jetzt Inventar war. Tabulator, ja natürlich. Slot 1, Slot 2, Crippius. Oh, kommt bei ein. Schade. Drop, dual vault. Das ist toll mit Handy. Ah, und ich kann es sogar noch prügeln. Sehr schön. Jetzt muss ich bloß auf den Batterieverbrauch achten. Mann. Schlot 1, Slot 2, Hut. Untertitelung.